Ja, so wie Herr Schiedler gesagt hat, ich bin Tarek Aslan, ich bin der Vater von Jelis, von Jelis, Jelis Ros next toedi. Ja, vielen Dank für die Einladung, mein Name ist Jelis Yongumas. Ich bin auch Opfer und Überlebende der rassistischen Brandansträge vom Very-92. Für mich ist es sehr wichtig, an dieser Pressekonferenz teilzunehmen, weil ich immer mit dem Ansatz gelebt habe und weiterhin damit lebe, dass Hauptfrau und Überlebende keine Statisten sind, sondern die Hauptzwege des Geschehens. Und die gilt es in den Vordergrund zu rücken und dementsprechend werden wir das heute auch tun. Vielen Dank. Herr Namok Arslan. Ich bin Namok Arslan, Opfer und Überlebende vom Brandanschlag 1992. Ich war damals acht Monate alt, als meine Mama mich aus dem Verzehnen geschmissen hat. Dann würde ich gerne einmal Herrn Aigü bitten. Mein Name ist Ali Aigü. Auch ich bin ein Brandopfer von dem Anstalt 1992, aber aus der Ratzburger Straße. Es war für mich eine sehr schreckliche Nacht und ich habe mich jetzt auch kurzfristig bereit erklärt, hier teilzunehmen, aus dem Grunde, weil ich es seit Jahren vermisse, über die Ratzburger Straße 13 zu reden. Danke. Mein Name ist Cemal Kucukarac. Ich bin Vorsitzender der türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein als Organisation. Wir sind natürlich daran interessiert, was rassistische Entwicklungen in unserer Gesellschaft gibt. Und damals, als wir das erste Mal gehört hatten, dass ein Brandanschlag an die Familien passiert wurde, hatten wir auch natürlich in diesem Thema gekümmert. Wir hatten auch mit dem Familienkontakt gekommen und das natürlich auch weiterhin seit 30 Jahren. Wir versuchen, diese analysieren, warum, wieso, wie wir, dass es auch Betroffene in unserer Gesellschaft mehr unterstützen können, die Menschen zuhören können. Und dann würde ich noch einmal Frau Thüringen bitten. Ich glaube, heute ist ein sehr schwerer Tag für alle, vor allem für die Betroffenen und für diejenigen, die Opfer von diesem Brandanschlag geworden sind. Und deswegen geht es mir heute vor allem als politische Vertreterin dieser Landesregierung darum, mit Ihnen ganz klar darüber zu sprechen und Ihnen das deutliche Signal zu geben, dass es der größte Anspruch für mich ist, dass wir das Gedenken und die Erinnerung genau in dem Sinne, wie Sie sich das wünschen, gestalten können. Und das ist für mich das, was heute zentral im Mittelpunkt steht. Ich danke Ihnen. Herr Pfarrer Baslan, in der Nacht des 23. November 1992 haben Sie Ihre Tochter Yelis, Ihre Mutter Bahide und Ihre Nichte Ayshe bei den rassistischen und menschenverachtenden Brandanschlägen in unserer Stadt verloren. Können Sie uns etwas über die Person erzählen? Ja, ich weiß gar nicht, mit welchen Geschichten ich anfangen soll. Meine Mutter Bahide ist für Mölln, glaube ich, eine Frau gewesen, die das Herz von Mutter Teresa getragen hat und den Menschen, die hier sind, für alle da waren und die nicht gelaufen haben. Sie war, wie soll ich sagen, sie war nicht nur meine Mutter, sie war, ja, sie war für uns alles. Sie hat uns, auf Deutsch gesagt, alles, was man gut zu machen hat, hat sie uns beigebracht. Sie hat uns beigebracht, dass die Stadt Mölln ein Teil von uns ist und alles von Mutter. Und es war natürlich sehr traurig, wo ich hierher gekommen bin, wenn meine Mutter auch nicht so gesehen habe, in diesem Abend, dass ich nicht mal meine Mutter mich verabschieden konnte. War für mich sehr schwer. Und ja, um Bahide zu reden, um meine Mutter zu reden, ich glaube, einige Möllner, die hier in meinem Leben, von, ob es unsere türkischen Mitbürger sind oder die deutschen Mitbürger sind, können, glaube ich, von Bahide die Geschichte viel besser erzählen, was das für eine Person war. Und für wen sie und was für eine Stärke sie in sich hatte, können, glaube ich, viel besser, nicht nur die Kinder, auch die Menschen, die mit ihr zusammengelebt haben, das eigentlich besser weitergeben. Und ja, ich vermisse sie sehr, ich vermisse ihre, so diese Faro-Rufe und ja, es tut mir einfach weh, wenn ich über sie rede oder ihre Geschichten hier erzähle, die sie damals so toll gemacht hat. Und wie ich gesagt habe, sie war für mich nicht nur bei Idarsan, sie war auch eine Katharina für die Menschen, die sie hier gelebt haben. Ich danke Ihnen für die Worte. Wir haben uns im Vorwege viel ausgetauscht und Sie wünschen sich als ewige Erinnerung an Ihre Tochter die Pflanzung eines Baumes auf dem Schulberg in der Nähe der Schule, die jedes besucht hat. Welche Bedeutung hätte es für Sie? Ja, wir reden ja schon fast 30 Jahre lang darüber, dass man, um nichts zu vergessen und um der Familie etwas zu tun, dass die Familie sagen kann, da lebt in dem Baum oder in dieser Straße mit, die Namen von meiner Familie. Und ich glaube, wenn ich in den Schulen nicht nur einen Baum, natürlich für alle drei einen Baum sehen würde, wo die Geschichte ein bisschen klein formuliert ist, und diese Aufblühung von dem Baum würde mich, glaube ich, sehr ertreuen, wenn ich immer am 23., wenn ich hier bin, da bin und ja, für mich hat das eine sehr große Besorgung, weil Jelis war ein tolles Mädchen. Sie ist ja mein ein und alles gewesen, wie meine anderen Kinder auch, aber eine Erinnerung für Sie gut zu stellen, wäre, glaube ich, etwas sehr Tolles. Und es wäre doch auch für Mölln sehr gut, dass man die Erinnerung weiterführt, nicht nur an einen Baum. Man sollte das eigentlich erweitern, wenn wir das schaffen, irgendwann mal hier dann irgendwie noch eine Straße oder ein paar Straßen ernennt werden. Der Name sollte nicht stören, sondern der Name wird erinnert werden. Herr Ibrahim Aslan, Sie engagieren sich mit voller Hingabe im Kampf gegen Rechtsextremismus. Können Sie uns einmal erläutern, wie und wo Sie hierbei tätig sind? Also vorerst möchte ich mich bei Herrn Alaybin auch bedanken, auch an andere Betroffene, die heute hier teilnehmen aus der Ratzenburger Straße. Es ist ziemlich beschämend auch, dass wir seit 30 Jahren Ihre Geschichte nicht kennen. Wahrscheinlich, weil wir uns viel zu wenig mit denen auseinandersetzen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie heute auch an dem Pressegespräch teilnehmen, Herr Alaybin. Ich engagiere mich genau aus diesem Grund tatsächlich im Bildungsbereich und setze die Perspektive von Betroffenen in den Vordergrund, um die jungen Generationen sozusagen nochmal zu sensibilisieren, wie wir mit den Geschehnissen heute damit umgehen. Also wir müssen dabei bedenken, dass wir definitiv eine Bildungslücke im deutschen Bildungssystem haben. Wir sprechen oft über Täter und Täterinnen, beziehungsweise wir sprechen nur über Täter und Täterinnen, nach solchen Anschlägen, aber kaum bis gar nicht über Betroffene und über Opfer. Und da sind natürlich die ganzen Medienlandschaften, die hier auch anwesend sind, beteiligt, dass sie diesen Zustand verändern müssen. Wir müssen in die Zukunft gerichtet die Perspektive von Betroffenen einbauen. Deswegen fordere ich auch aus der politischen Richtung, dass man Bildungsaussteine dafür einsetzt, Betroffene einbezieht in diesen Bildungsbereich, um auch unsere Geschehnisse, unsere Geschichten in den Vordergrund zu rücken. Gleichzeitig auch andere Schüler und Schülerinnen zu motivieren, aus ihren Erfahrungen heraus, diese Gedenkpraxen in dieser Gedenkkultur zu verändern. Weil wir hinterfragen die deutsche Gedenkkultur, die gerade existiert, und möchten und fordern eine neue Gedenkkultur auf Augen, wir im Einklang mit Betroffenen. Dankeschön. Ich bin erst seit kurzem Bürgermeister dieser Stadt und wir haben schon diverse Gespräche geführt. Und ich habe wahrgenommen, dass Sie mit dem Umgang der Stadt Mölln mit dem Gedenk nicht einverstanden sind. Ich möchte Ihnen gemeinsam in der Zukunft diese Angelegenheit gestalten, das Gedenken gestalten. Und was muss die Stadt aus Ihrer Sicht künftig beachten, wenn wir das Gedenken und die Erinnerungen gemeinsam gestalten möchten? Genau das, was Sie hier gerade gemacht haben. Sie sollten uns fragen. Sie sollten die Betroffenen fragen, wie Sie das möchten. Und Sie auch an der Gestaltung, an der Konzeption der Organisation teilhaben lassen. Und so sollten wir auch tatsächlich mit anderen Betroffenen bundesweit umgehen. Wir sollten Sie fragen, wie Sie das möchten, wie Sie dieses Gedenken selbst gestalten möchten. Und nicht über deren Köpfe hinweg einfach eine Organisation konzipieren und das gleichzeitig mit, ohne Sie sozusagen zu fragen, umzusetzen. Wir möchten die Betroffenen in den Vordergrund rücken, dann müssen wir mit den Dingen gemeinsam kommunizieren, und anfangen mit Ihnen zu kommunizieren. Dankeschön. Herr Namok Aslan, ich möchte Ihnen die gleiche Frage stellen. Was muss aus Ihrer Sicht zukünftig beachtet werden, damit wir das Gedenken und das Erinnerungen gemeinsam gestalten können? Was würden Sie sich wünschen? Ich kann mich da nur abpassen an meine Brunners Worte. Ich möchte Ihnen noch eine persönliche Frage stellen, und zwar, wenn Sie an Mölln denken, woran denken Sie? Wenn ich an Mölln denke, denke ich an den 23.11. Ich denke, denke ich an meine Schwester, an meine Oma und an meine Brunnersin. Die Ratzelburger Straße, Sie haben es ja vorhin gesagt, ist bisher nicht so beteiligt worden, wie Sie sich das vielleicht gewünscht hätten, beziehungsweise ist es mal ein bisschen untergegangen. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Okay, also eigentlich bin ich jemand, der sehr ungern vor dem Mikrofon steht und was dazu sagen möchte. Ich bleibe im Hintergrund. Aber heute wollte ich einmal die Gelegenheit aussehen, um über die Ratzelburger Straße und über die Familien zu sprechen. Aber im Voraus kann ich mich an Herrn Farrenarsan beteiligen. Für mich ist es eine sehr große Trauer um diese drei Menschen, die da gestorben sind. Das Zweite ist, heute sind genau 30 Jahre lang und es ist heute zum ersten Mal so, dass man einem Menschen, Entschuldigung, einem Menschen von der Ratzelburger Straße 13 die Gelegenheit gegeben hat, zu sprechen. Es ist eine sehr, sehr schreckliche Nacht gewesen und ich möchte nicht aufzählen, was ich alles erlebt habe. Und was ich alles tun musste, um Menschen lebend daraus zu bringen. Drei Sachen sind für mich sehr, sehr prägend gewesen. Dass ich zuerst meinen Sohn auffangen musste. Dass ich dann nachher meine Lichter auffangen musste. Und vor allem ein Kind, das in der dritten Etage gewohnt hat, mit seiner Familie. Und wir flehend, sie gebeten haben, das Kind nicht unterfahren zu lassen. Sie haben es trotzdem getan. Mit Gott selber haben wir es geschafft, das Kind aufzufangen. Es ist wirklich eine sehr, sehr große Trauer für mich und für die ganze Familie. Und ich möchte heute einfach nur hier sitzen, für mich und für meine Familie und für die anderen 38 Menschen, die in der Nacht da gelebt haben. Wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass vier, fünf Menschen, wie mein Vater, in der Nacht noch wach waren und somit sehen konnten, dass da ein Kind aufgeliebt wurde. Sie können sich nicht vorstellen, was wäre passiert, wenn keiner wach wäre und wir das alles vielleicht 15 Minuten später gemerkt haben. Wir würden jetzt, glaube ich, über ganz andere Dimensionen sprechen. Ich möchte eigentlich erst mal dazu nicht viel sagen. Aber so wie der Ibrahim Aasdan das ja auch gesagt hat, es ist vielleicht im ersten Moment wichtig, wer die Täter sind. Aber ich glaube, es wird dann auch langsam Zeit, über die Bacha zu sprechen. Und es ist jetzt keine Anschuldigung, irgendwer in der Familie Aasdan, die nichts dafür können. Es sind natürlich diese drei Menschen, die in diesem Haus gestorben, aber auch in diesem anderen Haus waren 38 Menschen. Es wurde so, wie Herr Ibrahim Aasdan gesagt hat, ihr werdet uns perfekt entschieden, wie ein Gedenkfeier zu machen. Nie wurde uns gefragt, wollt ihr dabei sein, was für eine Vorstellung habt ihr. Keine Familie wurde gefragt, wie es ihnen geht, was sie gemacht haben. Und das ist für mich eine sehr, sehr große Trauer gewesen, bis heute. Dafür danke ich Herrn Ingo Schäfer, dass er mit mich jetzt auf uns zugekommen ist und hat gesagt, dieses Jahr wollen wir euch mit einbeziehen. Und wir wollen das jetzt so machen, dass wir alle zusammen eine Gedenkfeier machen. Und dafür danke ich. Das war das für mich. Herr Aigün, Sie brauchen sich bei mir nicht zu bedanken. Ich habe höchsten Respekt vor Ihnen allen, dass Sie heute hier sind. Ich möchte nicht an der Stelle sitzen, ich möchte es einfach so deutlich sagen. Und das, was Sie mir erlebt haben, was Sie mir erlebt haben. Frau Thurie, Sie begleiten die heutige Gedenkveranstaltung als Sozialministerin des Landes Schleswig-Holstein. Hat Sie als gebürtige Schleswig-Holstein die Geschichte der Brandanschläge von Mölln in Ihrem Leben begleitet und wie wichtig ist für Sie das Gedenken und Erinnern in Ihrem Leben. Als erstes möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie Ihre Geschichten hier mit uns teilen, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Und Sie an der Stelle immer wieder auch die Verletzungen und die Wunden der letzten 30 Jahre vor einer Offensicht darstellen, die traumatische Verletzungen bei Ihnen hinterlassen haben. Und ich möchte vor allem Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie darstellen, was Ihnen passiert ist. Weil ich glaube, dass das Teilen Ihrer Geschichte eben genau dazu führt, dass sowas nie wieder mehr passieren darf. Und Herr Schieber, wenn Sie mich fragen, inwiefern das mein Leben begleitet hat, ich würde sagen, wenn es diese rassistischen Anschläge, rechtsextremistischen Anschläge in Deutschland, in Mölln, in Regerswerda, in Frostock-Lichtenhagen, in den 2015er-Jahre, jetzt wieder stetig und konsequent, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht in die Politik gegangen. Weil für mich immer eins unverständlich war, dass all diese Dinge passieren in unserer Gesellschaft und wir es trotzdem schaffen, so zu tun, als würde Rassismus oder Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Er hat den Platz in unserer Gesellschaft und er hat ihn vor allem dadurch, dass Menschen ihr Leben verlieren. Und deswegen ist es meiner Meinung nach die größte Aufgabe von Politik, aber auch von Gesellschaft, darauf zu achten, selbst nicht dem Narrativ zu verfallen, zu sagen, wir sind eine offene Gesellschaft, in der sowas einfach nicht passiert. Und wenn Sie mich ganz persönlich fragen, inwiefern das mein Leben begleitet hat, die Anschläge, die in Mölln stattgefunden haben, waren 1992, wenige Tage, nachdem ich selber auf die Welt gekommen bin. Ich bin 30 Jahre alt und meine Eltern sind 1991 nach Deutschland gekommen. Sie sind nach Schleswig-Holstein gekommen und sie sind in einer Flüchtlingsunterkunft groß geworden. Und als ich meine Mutter einmal gefragt habe, was haben diese Ereignisse mit dir gemacht, das habe ich sie vor ein paar Jahren gefragt, da hat sie gesagt, Amina, weißt du, wir haben uns damals eine Leiter gekauft, weil wir Angst davor hatten, dass das Gleiche, was im Mölln passiert ist, uns passieren kann. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist. Und das können wir sie darstellen. Aber ich möchte damit deutlich machen, dass es eine Wunde, die bei den Familien und den Angehörigen eine Wunde hinterlassen hat, die niemals zu heilen sein wird. Sie hat etwas mit der schleswig-holsteinischen Gesellschaft getan und vor allem mit Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Und deswegen ist es etwas, wenn Ihnen das Erinnern so zentral ist, dass diejenigen, die es erlebt haben, im Mittelpunkt davon stehen und dass wir es danach ausrichten. Weil ansonsten solche Dinge immer wieder passieren werden. Ich danke Ihnen. Sie haben es angesprochen, wie wichtig es ist, etwas gegen den rechten Extremismus zu unternehmen. Was unternimmt das Land schließlich Vollstein dagegen und welche weiteren Maßnahmen sind für Sie denkbar? Ich glaube, was wir im politischen Raum zu wenig getan haben, ist, uns die Frage zu stellen, wie wir es verhindern können, dass Rassismus und Rechtsextremismus auf Nährbogen treten kann. Und deswegen ist einer der Maßnahmen, an denen ich selber mitarbeiten durfte in den letzten Jahren, der Landesaktionsplan gegen Rassismus geworden. Dass wir uns als Landesregierung, als Parlament, gemeinsam durch alle Bereiche, sei es Bildung, sei es Polizei, sei es Zivilgesellschaft, sei es jegliche Strukturen, die öffentliche Verwaltung, sich mit dieser Frage auseinandersetzen muss und Maßnahmen erarbeitet worden sind. Von der frühkindlichen Bildung bis hin zu jeglichen Arbeitsbereichen. Weil das Problem an der Stelle ist, dass wir uns gesellschaftlich immer darauf einigen können, dass wir Rechtsextremismus als Problem feststellen. Aber Menschen werden nicht als Rechtsextremisten geboren. Aber sie leben in einer Gesellschaft, in der es einen Nährboden dafür gibt, in dieses Extrem zu verfallen. Und deswegen ist es meine Überzeugung, dass wir nicht früh genug anfangen können, uns mit diesen Fragen, mit diesen Erinnerungen, mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen, im Bildungsbereich, in unseren staatlichen Institutionen und in jeglichen zivilgesellschaftlichen Bereichen. Was wir tun als Landesregierung, ist weiterhin daran zu arbeiten. In meinem Ministerium wird es einen neuen Bereich geben, mit meiner Staatssekretärin Frau Saman-Saade, die sich sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzt, wie wir gesetzliche Grundlagen schaffen können, um Diskriminierung vorzubeugen. Weil was nicht sein kann, ist, dass man das Gefühl hat, man kann diskriminieren, ohne Konsequenzen dafür zu erfahren. Und das ist einer der vielen Maßnahmen, an dem wir arbeiten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.